In einem Video schaue ich direkt so in die Kamera und bei vielen Videokonferenzen sehe ich dagegen, dass meine Gesprächspartner auf ihren Monitor schauen und nicht in die Kamera. Dafür gibt es eine Lösung. Ich habe einen neuen Teleprompter. Wir machen heute ein Unboxing. Auf geht's! Vor ein Tagen traf bei mir eine Lieferung ein, die ich bei der Firma Elgato bestellt habe. Teleprompter und entsprechend Stativ A. Das heißt, ich räume jetzt mal die Tasse T beiseite. Leider. Aber wir brauchen Platz. Fangen wir an mit dem Teleprompter. Ein bisschen kurzes Unboxing und dabei erkläre ich nochmal, wofür die ganze Geschichte ist. Also, ich bin im Verkauf tätig, sitze viel in Videokonferenzen und hatte so ein Thema vor vier Jahren schon ein Video. Hier, ein Ausschnitt davon. Damals habe ich einen sehr kleinen, sehr günstigen Teleprompter genutzt und als wir die Flutkatastrophe hatten und wir saloponiert abgesoffen sind im Büro, ist der natürlich dabei zufällig über die Dutt gegangen. Einer von den kleinen Verlusten, die wir hatten. Wir haben keine großen Schäden erlitten. Aber es war an der Zeit, sich jetzt mal einen neuen, besseren Teleprompter zu holen. Einen, der so gesehen ein All-in-One-Lösung ist. Denn damals war das eine beste Lösung für Leute, die wissen, wie es funktioniert. Das hier ist ein Gerät, was wirklich jeder kaufen, aufbauen und direkt nutzen kann. Darum, dachte ich, machen wir auch dazu mal für alle anderen Kollegen aus dem Vertrieb ein kurzes Video und erklären, wie die Kiste funktioniert. Also, hier befinden sich drin verschiedene Zubehörteile. Da kommen wir gleich zu beim Zusammenbau. Es sitzt fest, es ist groß. Es ist der eigentliche Teleprompter und den nehmen wir jetzt mal hier vorsichtig raus. Ja, ich nehme das Pub-Timer aus dem Bild raus. So, das ist der eigentliche Teleprompter. Das stellen wir erstmal beiseite. Der Teleprompter von der Firma Elgato heißt Promter. Okay, lassen wir den Namen mal im Raum stehen. Das hier ist das eigentliche Produkt. Und das werden wir auch mal ganz kurz auspacken und einmal die Funktionalität beschreiben. Sauber und nicht alles verpackt. Preis von der ganzen Geschichte nicht so bei 300, 400 Euro. Der Arm, den ich dazu habe, kostet auch 99 Euro. Ob man den dazu nimmt oder nicht, kann man für sich entscheiden. Aber das hier ist ein echter Lebensretter. Wie funktioniert das Ganze? Nun, hier unten ist ein Monitor eingebaut, den ich ganz klassisch über HDMI oder in dem Fall über USB-C ansteuern kann. Das heißt, zum Beispiel ich habe einen Laptop, MacBook, schließe ich USB-C hier direkt an. Und der Monitor hier eingebaut, arbeitet für mich als Zweitmonitor. Und was, wenn ich zum Beispiel den Zoom-Call oder den Teams-Call entsprechend hier direkt drauflege, auf meinen Zweitmonitor, wird der über den Spiegel hier reingespiegelt. Und kann so gesehen, meine Gesprächspartner können mich sehen, wie ich gerade in die Kamera schaue und ich sehe sie über die Spiegelung direkt im Bild. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Geschichte für Kommunikation mit Kunden in Videokonferenzen. Neben der Kernaufgabe erstmal eine gute Tonqualität zu haben. Klar, ausreichende Bildqualität, Bandbreite und ähnliche Dinge kennen wir alle auch, gerade in den letzten Jahren. So, Bauteil Nummer 2. Irgendwie muss da an das Ganze ja noch eine Kamera dran. Und hier, wo drauf steht Mount Camera hier, da gehört die Kamera eben drauf. Zweites höhenverstellbares Element, passend eben zu meiner jeweiligen Kamerahöhe, kann ich hier entsprechend festschrauben. Dann habe ich hier hinten meine Kamera drauf. Die schaut eben nach vorne einmal durch das Display hindurch, also durch das Guckloch. Und das finde ich, wie gesagt, total wichtig für eine Videokonferenz, die Gesprächspartner zu sehen und ihnen das Gefühl zu geben, so hier wie im YouTube-Video Kontakt zu behalten. So, aber damit das Ganze auch irgendwie an meinem Schreibtisch festgemacht werden kann, geht auch so gesehen in einfacher oder günstiger. Denn das Ganze hat hier unten auch an zwei Stellen sogar ein Schraubgewinde. Das heißt, wer irgendeine andere Lösung hat, kann auch einfach irgendeine andere Haltung nehmen oder im Notfall auf den Bücherstapel das Ganze stellen. Hauptsache, auf Augenhöhe, in Blickrichtung. Man kann so gesehen die Gesprächspartner anschauen und sie sehen einen auch. Also, wie gesagt, das hier ist so gesehen die Deluxe-Fassung mit einem entsprechenden Teleskop-Arm, auf dem man das Ganze entsprechend auch dann aufmontieren kann. Das werden wir jetzt gleich auch mal alles zusammenbauen und hier an der kleinen Bank festmachen. Dann nimmt man das ganze Teleskop-Element, setzt es ein und es ist sogar noch eine Kabel-Management-Lösung. Also, wenn man zum Beispiel ein Stromkabel oder jetzt hier das USB-C-Kabel hier anbauen möchte, kann man das gleich auch mitlösen. Und hier oben drauf auf dieses Schraubgewinde, da kommt dann natürlich auch noch mal der ganze Teleprompter. So, und schon Monitor, Bild einspielen und die Zuschauer sehen einen. Aber nochmal, der wichtigste Part ist, habe erstmal eine gute Audioqualität. Ich verwende gerne für Videokonferenzen ein Podcast-Mikrofon, wenigstens die Airpods Pro oder gleich irgendwas mit Mischpult. Auch jedes gute Video besteht zu 51% aus gutem Ton. Wer sich noch mehr für das gesamte Thema interessiert, in der Videobeschreibung gibt es einen Link zu einem Newsletter-Beitrag, wo ich mein komplettes Homeoffice-Setup mit Mikrofon und allen sonstigen Bauteilen vorstelle. Den Link gibt es einmal als LinkedIn-Newsletter oder als Subsex-Newsletter. Wer möchte, kann gerne auch abonnieren. Oder diesen YouTube-Kanal, wenn noch nicht passiert. Und wenn es Fragen gibt zu all solchen Themen wie Remote, im Außendienst und ähnliches, einfach einen Kommentar schreiben. Ich sage vielen Dank, ich habe noch einen Schluck Tee. Over and out.